servus meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge astrobot wir sind hier jetzt die nächste galaxie sozusagen freizuschalten ich glaube auch tatsächlich die allerletzte dann sozusagen hier ich habe tatsächlich das level ohne groß dann auf einmal first try geschafft die zeige ich euch auf jeden fall noch werde ich auf jeden fall noch zeigen das sind alle ich habe ja 200 habe ich mir jetzt übrig gelassen ich habe mich noch früh shoppen gewesen oben war ich auch schon ganz oben zu klettern gibt auch eine trophäe auf jeden fall und zwar aus mutterschiff aber so ein charakter ist das weiß ich leider nicht kann ich leider echt nicht sagen ja bei den anderen kann man noch ja da fehlt noch das mittlere teil und dann wird wahrscheinlich noch ein gehäuse dran gemacht und dann ist fertig 120 brauche ich da kommen fast alle zusammen da haben wir ein 100 yippie Ja, dann kick mich doch nicht runter, du doofe. Das auch noch. Hi, Jungs. Guck mal, wie wir hier noch retten können. Oben ist das Ding, da machen wir gleich. Da ist auch noch eins. Oh, ja, klar. Da steht ja gar nicht dran, wie viele noch sind hier. Ich weiß aber nicht, wie das nochmal ist. Da war es nicht die Last Guardian, es war's. Nee. Ah, ich will keine mehr als selber. Der Tipp war gut, danke. Ich glaube, dass es bald eh nicht mehr so viel hier zu retten gibt. Let's go! Geil, oh. Ah, da hinten ist noch was zum Zier. Ne, ist es. Ja. Das ist eine Tatsache. Ja, da bin ich jetzt mal einfach eins nach meinem Freischaltner, eins nach dem anderen holen. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Wie viele brauchen wir denn hier? Naja, ein paar Nippie Guck mal, ob ich noch hier alles freischalten kann Eins haben wir noch auf jeden Fall Da muss auf jeden Fall noch was sein Also hier ist auf jeden Fall noch was Ah, 250 Naja, da fehlen mir noch 49 Aber ich geh jetzt erstmal die Galaxie freischalten Und danach gehen wir nochmal zurück Weil eine Sache könnte man mit 200 mehr machen Passt Geil los Sind wir bereit? Sind wir bereit dahin zu gehen? Come on Das ist die letzte Galaxie wo wir hin müssen Und danach gibt es noch auf die verlorenen Galaxien Das heißt eigentlich jetzt da wo wir hingehen Ist eigentlich normalerweise der letzte Fast schon der letzte Bosse Boah, ein bisschen aufgepasst Ein Vogel Und da gehen wir gleich hin Da sind auch 8 Ah, schon Jaja, passt Warte mal Warte mal Im Eisbereich, das heißt hier eigentlich Ja Kommt Kommt Warte mal Ja 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 Ich glaube offiziell haben wir jetzt hier alles, ich sehe noch ein Astrobot weil das da angezeigt wird ja tatsächlich da ist einer da ist ja einer tatsächlich der ist aber unglaublich tatsächlich wahnsinn also 250 brauchen wir jetzt auf jeden fall dann gehen wir jetzt zur Welt rum gerade und machen wir weiter. So. Ein letztes. Gut. Gehen wir in das Level rein. Genie aus der Flasche. Gehen wir in das Level rein. Gehen wir in das Level rein. Guck mal. Zack. Jetzt geben wir auch Geld dafür endlich. Das hat aber eine Weile auch gedauert. Gehen wir in das Level rein. Gut. Guck mal. Sitteln! Und da muss noch einer sein aber wahrscheinlich war der ganz ganz am Anfang irgendwo. 4 Man kann es auch ein bisschen verkacken, so wie ich, dann passt es eigentlich immer wieder. Wenn ich ihn nicht nerve, kann der sogar sein, oder? Ja, dann kann ich ihn nicht machen. Ich glaube, das wird so zum Schmeißen wahrscheinlich. Oh, der bin noch gar nicht dazu, oder was? Gut, dass ich den gesehen habe. Egal, was dabei ist, ist es dabei, ne? Und du musst unbedingt jetzt nerven. Du musst jetzt unbedingt denken, oh ja, den muss ich jetzt nerven. Ich hoffe, ich bin jetzt rausgezogen, dass ich da hinzunehmen. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Das war's für heute. 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 Den hab ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ey, jetzt geht's gerade richtig runde. Ich glaub, wir fangen jetzt hier, äh, machen jetzt hier Tabula-Party, ey. Ich mach' jetzt richtig Party hier. Wie soll wir unsere Party machen? Alles. Ach no, leck doch die Katze am Sack. Ich mein', gerecht ist es ja. Ich bin grad' ein bisschen zu aufgeregt. Ich muss mein Fokus wieder anders nehmen. Ich muss ein bisschen wieder einmal aggressiv entweder sein oder einfach mal komplett sagen, nö, ist ja eigentlich ja ein Spiel, ne. Und wie ist es ja eigentlich auch. Oh, komm mir da her. Und wie ist es ja eigentlich auch ein Spiel, das ist ja eigentlich auch ein Spiel, das ist ja eigentlich auch ein Spiel. Und wie ist es ja eigentlich auch ein Spiel. Und wie ist es ja eigentlich auch ein Spiel, das ist ja eigentlich auch ein Spiel, das ist ja eigentlich auch ein Spiel. Zeit. Zeit. Ich bin jetzt noch ein Spiel. Ich bin jetzt noch ein Spiel. Ach no, da war ganz gut. Ich bin jetzt noch ein Spiel. Oh, das war ganz gut. Ahhhhhhh Jetzt habe ich Dings nicht, oder? Jetzt habe ich ihn oben nicht geholt. Doch, Menor. Ich habe eigentlich gedacht, da drin wäre jetzt was. Ja, man kann auch gucken. Ich bin gerade ein bisschen genervt, weil ich jetzt oben diesen blöden Volldong nicht holen konnte. Ja, ich habe jetzt... Ich bin jetzt manchmal auch kurz... Ja, toll. Das bringt mir was, dass ich dieses ganze... Dass ich dieses ganzen Level normal spielen da, wegen so einem Beutel-Dings da, wegen so einem Scheiß-Bot. Mein Gott. Ja, da rummengt er fest. Ja, da hinten kann es ein Becher zum Dings. Ja, da hinten kann es ein Becher zum Dings. Ja, weil an jener blöden Kante hebt er sich doch fest. Dann mach doch bitte genau das gleiche. Ja. Ich bin jetzt... Ich bin ein bisschen jetzt genervt, merkt man wahrscheinlich aber auch. Sag mal. Was ist denn jetzt? Ich bin ein bisschen schön. Ich bin jetzt schon... D-d-d-d-d. Wenn ich relativ egal wäre. Weil ich hätte am zweiten Randy holen können. Ich bin jetzt... Das war's für heute. Ich glaube sogar, dass da oben irgendwo bestimmt das Ding ist. Das war jetzt eine nervige Sache. Das war jetzt echt eine nervige Sache. Ich glaube, diese letzten Level, die werden uns bestimmt den Nerv raufen. Jetzt war alles hier voll so normal. Also, ja... Wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft, innerhalb von fünf Minuten unsere ganze Existenz so anzukäsen. Das ist schon... Minimal manchmal habe ich mir Zweifel beim Zocken. Ach, das war selber manchmal. Ich denke mir so, warum? Da müssen wir hundertprozentig irgendwo beim Ende sein. Gut. Hier haben wir es auf jeden Fall. Wir sehen uns dann im nächsten Video mit nochmal diesem Level. Uns fehlt ja einer leider. Und, ja... Wie man ja sehen kann, ein Warp. Oder besser gesagt, ein geheimes Level zur verbotenen Galaxie oder verlorenen Galaxie. Wir sehen uns. Haut rein.